Insbesondere nach kalorienreichen Zeiten, wie zum Beispiel nach Weihnachten, ist das Thema Diät wieder allgegenwärtig. Und dann gibt es so kluge Sprüche wie, iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler. Ehrlich gesagt diskutiert die Wissenschaft noch immer kontrovers über genau dieses Thema, also die Frage, spielt die Essenszeit eine Rolle? Fakt ist, es ist definitiv wesentlich wichtiger, wie die Kalorienbilanz ausfällt, als wann gegessen wird. Allerdings hat man in Untersuchungen auch herausgefunden, dass Insulin- und Blutzuckerspiegel nach einer umfangreichen Morgenmahlzeit weniger stark ansteigen, als nach einer entsprechenden Abendmahlzeit. Das zeigt zumindest den gesundheitlichen Vorteil eines Kaiserfrühstücks. Und vielen Leuten fällt es einfach leichter, nach einem umfangreichen Frühstück im weiteren Verlauf die Kontrolle über den Appetit zu behalten. Und das ist natürlich ein wesentliches Verhaltensmerkmal im Rahmen einer Diät.